Als demokratischer Sozialismus wird eine politische Zielvorstellung bezeichnet, die Demokratie und Sozialismus als untrennbare, zusammenzuverwirklichende Einheit betrachtet. Der Begriff entwickelte sich um 1920 und wurde seitdem von sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Gruppen und Parteien in Anspruch genommen. Begriff Friedrich Engels bezeichnete in seinem Programmentwurf für den Bund der Kommunisten vom November 1847 einem Vorentwurf für das kommunistische Manifest von 1848 manche Vertreter des Frühsozialismus als demokratische Sozialisten. Sie strebten wie die Kommunisten eine Überwindung des Elends und Aufhebung der Klassengesellschaft an, geben sich aber mit einer demokratischen Staatsverfassung und einigen anschließenden Sozialreformen zufrieden. Daher seien praktische Bündnisse für gemeinsame Teilschritte ebenso wie Diskussion mit ihnen über weitergehende Maßnahmen zum Kommunismus erforderlich. Er sollte den Reformismus der Sozialdemokratie, die fortschreitende Demokratisierung aller Gesellschaftsbereiche im Rahmen einer pluralistischen Demokratie vom Marxismus-Leninismus unterscheiden. 1919 hatte Lenin den Marx-Schen-Begriff Diktatur des Proletariats mit der Eroberung der Staatsmacht durch eine revolutionäre proletarische Partei und folgenden gewaltsamen Umgestaltung der Produktionsverhältnisse durch diese gleichgesetzt und gegen die Sozialdemokratie abgegrenzt. In dieser Ideologie wurden die von Karl Marx nur ungenau unterschiedenen Begriffe Sozialismus und Kommunismus als gesetzmäßig determinierte, aufeinanderfolgende Epochen jeder Gesellschaftsentwicklung aufgefasst und Sozialismus durch Alleinherrschaft einer kommunistischen Partei, schrittweise Verstaatlichung der Produktionsmittel und Einführung einer zentralgelenkten Planwirtschaft definiert. Seitdem haben sowohl sozialdemokratische und sozialistische als auch kommunistische Gruppen, Parteien und Regierungen den Begriff demokratischer Sozialismus für unterschiedliche Politik beansprucht. Als eine der Grundlagen gilt das 1942 von Josef Schumpeter an der Harvard-Universität veröffentlichte Werk Capitalism, Socialism and Democracy, in dem sich der Übergang ohne Revolution und Gewalt also demokratisch vollzieht. Der demokratische Sozialismus wird in der SPD seit dem Godesberger Programm 1959 auch mit der sozialen Marktwirtschaft verbunden. Er wurde seit etwa 1970 im Reformkommunismus Osteuropas, im Eurokommunismus Westeuropas, in manchen Staaten Lateinamerikas sowie 1989 von Teilen der DDR-Opposition verwendet. Dort wurde er zuweilen auch als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus bzw. real existierendem Sozialismus bezeichnet. Nach dem Politikwissenschaftler Thomas Mayer bauen alle Theorien eines demokratischen Sozialismus auf folgende Grundsätzen auf. Egalitäres Gerechtigkeitskonzept Bejahung des demokratischen Rechtsstaates Sozialstaatliche Sicherungen aller Bürger Sozialverträgliche Begrenzung oder Überwindung des Privateigentums Gesellschaftliche Einbindung und politische Regulierung des Wirtschaftssektors Sozialverträgliche Begrenzung